Malerei of Death, bei Nikolaus Lenau Ich möchte, wenn ich sterbe, wie die lichten Gestirne schnell und unbewusster bleichen. Erlegen möchte ich einst des Todes streichen, wie sagen uns von Pandarus berichten. Ich will ja nicht im Leben oder dich den großen Inerreichlichen erreichen. Ich möchte auch freuen, ihm nur im Tod gleichen. Doch höre nun die schönste der Geschichten. Er saß im Schauspiel, um Gesang beweget und hatte, der ermudet war, die Wangen auf seines Lieblings schönes Knie gelegt. Als nun die Chöre Melodien verklangen, wir wecken ihn, der ihn so sanft geheget. Doch zu den Guttern war er heimgegangen.